Knallmax 10 super Knallerbsen von Feistl. Ok, guck sie dir an, wie groß sie noch sind. Ja, faszinierend. Das ist mir zu blöd. Also, das ist ein Bengaltopf Orange von Silberhütte. Zeigen wir uns kurz her. Schön abgeranzte Anfeuerung. Ok, den werden wir jetzt mal testen. Ja, das sieht doch schon mal qualitativ sehr hochwertig aus. Dann geht der Effekt los. Wie viel kostet das Hotel? Jetzt vom Einkaufspreis oder vom Julius? Ne, ich meine was du bezahlt hast. 99 Cent. Ich würde nicht mal sagen, 98 Cent zu viel. Ich glaube, die wollte ich ja eigentlich haben als Vorbrenner. Als Vorbrenner für was? Für irgendwelche Burner, Flash-Burner. Du machst ja selbst konkurrenz, was die Qualität aller Vorbrenner angeht. Pre-Burner, möchte ich schon sagen. Also, wahlweise nach der Halloween-Farbe Orange, beziehungsweise in Weko sprech Trendfarbe Orange, haben wir jetzt einen Bengaltopf, was steht da drauf? Wechsel. Wechsel. Oh, in *** Lieblingsfarben. Rot, Gelb, Grün. Oh, da freut er sich, da freut er sich. Also, Bengaltopf Wechsel. Wechsel, ja? Wechsel. Also, wir müssen bei der historie runter ausgehen. Magen. immer noch ganz schön für die größe jetzt haben wir das goldfeuer von depenpocken sieht schön aus also jetzt der goldstrahler auf etwa zwei meter höhe sehr sehr noble ja